Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tessi Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein Spezialvideo. Wir werden heute mal darüber sprechen, warum du einen Tesla kaufen solltest, die Gründe dafür. Und du kannst natürlich gerne auch deine Beweggründe in die Kommentare schreiben, wenn ich da etwas vergessen habe, was du vielleicht auch als Grund siehst, einen Tesla zu kaufen. Ich habe verschiedene Punkte vorbereitet und dann starten wir auch gleich mal rein. Wenn du neu dabei bist, kannst du gerne ein Abo zu diesem Kanal dalassen, das würde uns sehr freuen. Starten wir doch als allererstes mit einem Grund und das ist für mich auf jeden Fall die Ladeinfrastruktur. Auch wenn dort ja immer mehr Anbieter draußen unterwegs sind, es ist am Ende immer wieder schön, eine Tesla Ladeinfrastruktur zu haben, die funktioniert, die keine großen technischen Probleme hat, die einfach zu handeln ist und die natürlich für jemanden, der einen Tesla hat, sich dann auch da entsprechend anpasst. Die Updates, das Zubehör, wenn man überhaupt welches brauchen würde, ist ja auch zu haben. Also Ladeinfrastruktur. Natürlich darf man hier nicht blind sein. Es ist natürlich so, dass diese Supercharger zurzeit erstmal vorwiegend an den großen Stellen sind, an den wichtigsten Positionen in Deutschland, auch hier vor allem an Autobahnen. Aber das wird sich mit der Zeit noch ändern und ich glaube, dass es auch immer mehr Tesla-Ladestationen bei Supermärkten geben wird. Wir wissen ja zum Beispiel hier bei der Baumarktkette, Globus, das sind genau die Standorte und ich kenne viele Leute, die zum Beispiel zu einem Lidl fahren und zu dem spezifischen Lidl fahren, weil dort eben entsprechend Ladestationen sind und wenn man ein anderer Anbieter das nicht hat und ich sage jetzt mal, die Firma Aldi jetzt keine anbieten würde, kann das schon für manche Leute ein Kaufgrund sein, zu Lidl zu gehen. Also genau solche Sachen werden noch kommen und ich bin mir sicher, dass Tesla hier nicht nur mit Globus zusammenarbeiten wird, sondern in Zukunft auch hier noch es viel bequemer machen wird und noch näher an die Wohngebiete mit den Ladestationen kommt. Also auf jeden Fall ein Argument, warum man einen Tesla kaufen sollte. Dann natürlich der Fahrspaß. Es gibt tausende von Videos online, um sich das anzuschauen. Der Fahrspaß bei Tesla kommt nicht zu kurz. Es ist ein Erlebnis, einen Tesla zu fahren. Es wird nie langweilig, aber natürlich haben wir hier auch immer Herausforderungen. Jedoch muss man sagen, alleine der Fahrspaß, wenn man jetzt hier auch noch dann das Infotainment als nächsten Grund mit hinein nimmt, ist doch dann ein wichtiger Grund, einen Tesla zu kaufen. Da kommen wir auch gleich zum Thema Infotainment. Da sucht man Sondergleichen auf dem Markt in der Preisklasse ein Infotainment-System in dieser Form wie bei Tesla. Natürlich ist es so, dass sich viele Leute Kleinigkeiten wünschen und mal über ein Weihnachts-Update lästern, weil gewisse Dinge an einer falschen Position sind. Wenn man das aber immer alles nochmal ins Verhältnis setzt, wie man und was man bei anderen Marken geboten bekommt, dann ist das doch schon Meckern auf hohem Niveau. Natürlich arbeitet hier Tesla immer daran, auch das Feedback der Community, der Tesla-Eigentümer zu nehmen. Das kann dann sein, dass es nicht sofort umgesetzt wird, aber es ist doch schon so, dass ein Infotainment-System, wo Kinder Spiele spielen können, wo es viele, viele Möglichkeiten gibt, um entsprechend Musik, YouTube, etc., Netflix und so weiter und so fort, mal jetzt noch den Camping-Modus und andere Modi, die Tesla hier eingebaut hat, führen natürlich zu einem Erlebnis. Und das ist natürlich auch verbunden mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dem Fahrspaß. Der Fahrspaß kommt natürlich dadurch nicht zu kurz. Als nächstes natürlich nochmal die Sache der Sicherheit. Hier hat natürlich ein Diesel und ein Benziner einen unfairen Nachteil. Es ist nun mal so, dass durch die Tatsache, dass wir eben halt nicht mehr diesen Motor haben und nicht mehr das Öl und nicht mehr das Diesel und das Benzin, es natürlich so ist, dass ein Elektroauto sicherer ist. Das ist die Basis, die natürlich jeder Autobauer hat. Aber Tesla hat nachweislich hier ja nicht nur an der Sicherheit gearbeitet. Sie arbeiten ja auch mit dem Material, die Art, wie die Autos gebaut werden, dass sie dann eben halt bei einem Crash nicht auseinanderfallen und dass es da nicht in irgendeiner Form größere Probleme gibt. Ein weiterer Punkt, den ich auch, und da werden sich natürlich die Meinungen, sage ich mal, trennen. Es gibt viele Leute, die dem nicht zustimmen werden. Ein weiterer Punkt ist aber auch das Design. Auch wenn viele das Model 3 und Model Y vom Design äußerlich nicht so schön finden, sie müssen natürlich keinen Tesla kaufen. Ich finde die Schlichtheit gut und auch ein weiterer Grund ist natürlich auch die Schlichtheit und Einfachheit innerhalb des Autos. Dieser Minimalismus ist doch sehr, sehr positiv zu bewerten. Wie gesagt, es ist eine Geschmackssache und da werden sicherlich auch Leute anderer Meinung sein. Aber Tesla ist natürlich auch in Bezug auf den Cybertruck gewillt, immer die Grenzen zu testen, wenn es zum Design kommt. Ich bin gespannt, wie das Model 2, Model Q oder wie es irgendwann heißt, der kleine Kompaktwagen aussehen wird. Das wird auch interessant sein, ob es sehr sportlich aussieht. Klein, aber sportlich, müssen wir mal schauen, wie und in welche Richtung das gehen wird. Also grundsätzlich minimalistisches Design. Auch hier finde ich ein weiterer Kaufgrund in dieses Auto, für dieses Auto. Dann möchte ich noch auf ein anderes Thema gehen und zwar auch noch Batterie. Jetzt wirst du sagen, ja, die Batterie, da gibt es natürlich schon viele Anbieter, die nicht so eine schlechte Reichweite anbieten und dem stimme ich auch zu. Bei der Batterie würde ich tatsächlich sagen, wenn wir jetzt noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr warten und die ersten Erfahrungen mit den 4680er Zellen rauskommen und die wirklich das halten, was sie versprechen, durch weniger Gewicht, auch mehr Reichweite und durch höhere Intensität beziehungsweise bessere Zusammensetzung der Batterie, kann hier nochmal ein Meilenstein erreicht werden. Und in dem Moment würde ich sagen, dass Tesla nochmal einen großen Schritt nach vorne macht, wenn es in Bezug auf die Effizienz und die Leistung einer Batterie geht. Das ist wie gesagt bis jetzt noch ein Versprechen. Wir müssen die Realität noch sehen, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass diese Batterie dann oder allgemein die Batterie auch wieder zu einem Kaufgrund wird. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass viele Leute mir das Feedback geben, dass sie auf ein Auto aus Berlin warten mit einer solchen Batterie. Das sieht man also schon daran, dass alleine nur das Versprechen dafür sorgt, dass die Leute sagen, das möchte ich haben und nichts anderes. Also auch hier schon ein Jetzt in diesem Moment, schon ein vorhandener Kaufgrund bei einigen Leuten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, beziehungsweise dieser Podcast-Deal und ich würde natürlich gerne mal deine Meinung wissen, ob du glaubst, ob ich vielleicht noch was vergessen habe, ob es noch andere Dinge gibt, die du hier gerne gehört hättest. Also einfach teilen und ich freue mich über dein Feedback und wünsche noch einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich, dich morgen hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, dein Marian und Tschüss.